Ja, Jamie, also es ist ja schön, dich zu begleiten, aber es ist manchmal auch sehr anstrengend. Das muss ich ganz ehrlich jetzt mal hier vor der Kamera sagen. Und ja, es ist halt, man muss andauernd irgendwelche Streiche ertragen von dir. Und ich finde es schön, dass ich jetzt hier auf diese Art und Weise eine Plattform habe, um das mal loszuwerden. Was das Lustigste war, ist, dass ich mir einen Webern essen. Ich bin beim Asiaten und er hat sich eine Cola bestellt. Das ist ja nichts Unnormales. Als er nicht hingeguckt hat, habe ich ihm Sojasauce in die Cola gesetzt. Und sein Gesicht war so geil, als er draus getrunken hat. Er hat mich, ehrlich gesagt, nach einem harten Tag gefreut auf die Pause und auf eine kalte Coke. Das war so geil, oh mein Gott, ich kann nicht hören. Ich bin einfach nur ein bisschen abgelenkt. Und dann will ich einen großen Schluck aus meinem Glas nehmen. Und dann denke ich, das schmeckt ja so widerlich. Und dann ist mir sofort auf deinem Gehirn gesagt, hallo, Jamie sitzt neben dir. Sojasauce? Okay, alles klar. Aber heute habe ich dir auch einen lustigen Streich gespielt, ne? War auch lustig, ne? Mega, denn jetzt schon wieder. Welchen von den zehn Streichen meinst du? Also, der hier hat mir gestern versprochen, dass er heute den ganzen Tag dabei ist, war aber heute bei den ersten Interviews nicht da. Und da war ich ein bisschen sauer. Und dann habe ich hier eine nette Kollegin gefragt, ob sie mal auf seinem Zimmer anrufen kann. Und die mal so richtig anmachen kann dafür, dass er ja noch nicht unten ist. Weil wir würden ja alle auf ihn warten. Und wir hätten ja ein Meeting, was ja echt sehr wichtig ist. Und wir hätten keine Zeit mehr. Und dann ist er gefühlt aus der Badewanne hier gesprungen. Ja, weil ich dachte, es ist sonst was passiert, weil ich mir einfach Sorgen gemacht habe um dich. Aber dann verstehst du einfach nicht, wie das ist. Hör doch auf mich! Mach nicht mehr! Ja, Jamie, also es ist ja schön, dich zu begleiten, aber es ist manchmal auch sehr anstrengend. Das muss ich ganz ehrlich jetzt mal hier vor der Kamera sagen. Und ja, es ist halt, man muss andauernd irgendwelche Streiche ertragen von dir. Und ich finde es schön, dass ich jetzt hier auf diese Art und Weise eine Plattform habe, um das mal loszuwerden. Als er nicht hingeguckt hat, habe ich ihm Sojasauce in die Cola gesetzt. Und sein Gesicht war so geil, als er draus getrunken hat. Er hat mich, ehrlich gesagt, nach einem harten Tag gefreut. Auf die Pause und auf eine kalte Coke. Das war so geil! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr... Ich gucke einfach, bin einfach nur ein bisschen abgelenkt und dann... Was das Lustigste war, ist, muss ich mich erinnern, wir waren essen beim Asiaten und er hat sich eine Cola bestellt. Das ist ja nichts Unnormales, ne? Also, pass auf. Der hier hat mir gestern versprochen, dass er heute den ganzen Tag dabei ist, war aber heute bei den ersten Interviews nicht da. Und da war ich ein bisschen sauer. Und dann habe ich hier eine nette Kollegin gefragt, ob sie mal auf sein Zimmer anrufen kann. Und die mal so richtig anmachen kann dafür, dass er ja noch nicht unten ist. Weil wir würden ja alle auf ihn warten. Und wir hätten ja ein Meeting. Trink ich, will ich einen großen Schluck aus meinem Glas nehmen und dann denke ich, das schmeckt ja so widerlich. Und dann ist mir sofort in meinem Gehirn gesagt, hallo, Jamie sitzt neben mir. Sojasauce? Okay, alles klar. Aber heute habe ich dir auch einen lustigen Streich gespielt, ne? War auch lustig, ne? Mega, denn jetzt schon wieder. Welchen von den zehn Streichen meinst du?